Was ist das für ein Anmachspruch? Wir müssen reden. Ach du Scheiße, der hat sich ja richtig weggekippt. Ich bin Hawk. Bin gar kein Blutmagier. In Ordnung? Ich habe das Gerücht nur aufgebracht, weil ich dachte, dass ich dann gefährlich wirke und charmant. Habt ihr Todessehnsucht? Ihr seid im Zirkel aufgewachsen. Ihr wisst, was Templer mit Blutmagiern machen. Ich habe es nur in der Taverne erzählt. Und nur Frauen. Ja, das reicht ja schon. Ihr versteht das nicht. Ich kam zum Zirkel, als ich sechs war. Sechs? Zwanzig Jahre war ich eingesperrt. Hatte nie was Richtiges zu trinken und hab mir nie selber was gekocht. Stand nie im Regen. Küßte nie ein Mädchen. Der Zirkel in Ferelden ist lustiger. Da küssen sich ständig alle. Allerdings war das vor den Abscheulichkeiten. Ich wollte nur ein bisschen leben. Wenn ihr mich töten wollt, bitte. Ich sterbe lieber betrunken. Ist das echt? Seid ihr wirklich aus dem Zirkel geflohen, um ein Mädchen zu küssen? Nun, nicht nur das. Ich habe gelesen, was man mit Mädchen noch so alles anstellen kann. Das ist alles gespielt. Der Magier möchte harmlos wirken. Nein, ich glaube, er ist wirklich so jämmerlich. Ihr könnt nicht davonlaufen. Irgendwann finden euch die Templer. Ich schlage euch ein Geschäft vor. In Ordnung? Gebt mir eine Nacht. Nur eine Nacht. Eines der Tavernmädchen, Nella, würde mit mir das Bett teilen. Ich habe sogar schon ein Zimmer bezahlt. Bitte, gönnt mir das. Danach könnt ihr mich in Ketten zurückbringen. Das ist keine gute Idee. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Ach, ihr habt gewonnen. Ich gehe zum Zirkel zurück. Es war sowieso eine dumme Idee. Ein Glück, dass da noch am Ende noch ein bisschen mitgespielt haben. Aber erst was trinken. So. Was haben wir denn noch? Die Unterstadt per Nacht auf der Flucht. Das ist wahrscheinlich dann für diesen Juan oder Juan oder... Keine Ahnung, wie der hieß. Das dürfte dann der letzte Magier gewesen sein. Die eine war auf jeden Fall schon mal eine Abscheulichkeit. Das lässt ja schon mal auf nichts Gutes schließen. Wir haben zumindest einen retten können. Das macht zumindest schon mal 33% aus. Ja? Das ist ja schon mal... Nicht wenig. Beherrschte Halunke. Beherrschte Arbeiter. Beherrscht werden von Magier oder so. Ich kann probieren. So. Auf die Hinten. Aber Moment, wir müssen ja erst mit dieser Elfchen reden. Nee, Moment. Grafikbox. Grafikbox. Still, Schatz. Keine Angst. Dein Blut bringt unserem Volk neues Leben. Ach. Sie war so wunderschön. Alter, wie konntest du nur... Sie war eure Frau. Ihr Opfer wird mich zu meiner Bestimmung führen. Die Menschen unterdrücken uns, weil sie Angst vor der Magie in uns haben. Seht doch, welche Malignies er in sich trugen. Sie hatten Angst, sie anzuwenden. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Er stürmt aber auch direkt auf den Magier los. Alter. Was war das denn? Lass uns mal schön bleiben, du kleiner Zwerg. Und es wuckelt gerade wieder so ein bisschen. Kann ich denn nicht mal vernünftig aufnehmen? Sag. Nein! Ich bin wieder in der Wolke. So, fertig ist das. Oh nein, Fendris ist tot. Da habe ich wohl ein bisschen geschlafen. Tut mir sorry an all die Fendris-Liebhaber. Okay, ähm... Wir haben zumindest schon mal einen gerettet. Quasi. Der hat aber jetzt... Jetzt hat das am Anfang nicht geklappt. Fellgift... Stiefel des Champions. Ja, die nehme ich doch. So. Damit wäre Merediths Aufgabe jetzt auch erfüllt. Ich gucke mal gerade, wie lange ich schon aufnehme. Wenn der schon ruckelt, dann heißt das schon, dass ich gut aufgenommen habe. So sehe ich das und ich habe noch ein bisschen Zeit. Erlege dem wir noch eine Quest. Oder? Können wir eigentlich machen. Jetzt müssen wir nun wieder einen Weg hier rausfinden. Und was habe ich euch gesagt, liebe Freunde? Grafikbugs, Grafikbugs. Oh, wie wunderschön. Mittlerweile versuche ich es zu ignorieren. Ich werde es trotzdem immer erwähnen. Einfach nur, weil ich es kann. Soll ich jetzt schon direkt zur Galgenburg gehen? Nee, ich habe hier noch eine Quest. Das, das... Krähenmord. Hm. Gehen wir zuerst da hin. Zur Knochengrube. Das klingt noch einleuchtend. Je nachdem, wie viel Zeit wir danach noch haben. Wir brauchen noch immer Dragostein aus der Knochengrube. Guck dir mal die Knochengrube an. Das war... Alles, was hier brennt, ist meine Investition. Hier brennt mein Geld. Hier liegen meine Arbeiter. Meine Bediensteten. Mein Luxus. Andere Seite. So, das müsste dann hier der Weg sein. Nope. Oder es ist auch nicht dieser Weg. Nope. Guck mal hier lang. Ich will wissen... Ist das der Dragostein? Ach, der ist schon direkt da oben. Ich gucke mal gerade hier. Oh, oh. Ach, ja. Schau, ähm. Ich würde sagen, ist ein Drache. Alter, der macht... Einer meiner mächtigsten Sauber macht nicht mal annähernd den Schaden, den er machen sollte. WTF? Aber wenigstens hat er gerade Abby gemacht. Oh, oh. Oh, Mann. Gegen einen Bossfight habe ich jetzt aber nicht gehofft. Na, komm her. Aua. Bist du was? Ich nehm mal hier ne Arznei. Du nimmst auch mal gerade ne... Ne Arznei. Wir haben so viel davon. Ich weiß gar nicht, warum ich in der letzten Aufnahme so viel gekauft hab, aber ich konnte einfach nicht aufhören. Der ist jetzt schon als Kaufhör. Warte, ich hab gar nicht diese Verwundung aktiviert. Ich brauch jetzt jeden Mann, den wir kriegen können. Und auch jeden Elf. Passt ja, du kriegst ne Elfenwurzeltrank. So. So. Nicht gut. Ich hab so wenig AI-Fähigkeiten gerade dabei. Trink mal einen Ausdauertrank. Trink noch mal einen normalen... Wieso trinkst du nicht? Trink. Ich hab zwar Enders dabei, aber ich will mir die Heilung finden. Der etwaige Vorkommen ist da aufgewahren. Wieso kommt in der Knochenhube eigentlich immer Drachen? Achso, ist noch nicht ready. Ich mach das jetzt einfach mal so ganz verschwenderisch, bin ich. Ich will aber hier auch nicht sterben. Oh, oh. Weil das sieht nicht gut aus, bin ich ganz ehrlich. Ich bin nicht auf den Kampf vorbereitet. Nicht auf einen Kampf gegen so einen hohen Drachen. Komm her, Mann. Stell dich. Ach, jetzt muss man auch noch da hoch. Achso, okay. Der heilt sich. Toll. Guckt euch das an. Wir haben gerade mal so ein bisschen abgezogen. Nicht mal... Nicht mal annähern. Und wir haben schon über fünf Tränke weggeballert. Jetzt habe ich nämlich genau das Problem. So, jetzt hast du nichts mehr an Mana. Machst das aus, das aus, das aus. So. Deaktivieren. Heldenhafte Aura wieder aktivieren, wenn es bereit ist. Ich würde sagen, Evelyn hat den Angriff gut überstanden. Trinkend Trank. Ey, das war der beste Tipp, den ich hätte machen können, zu mehr an Tränken. Wie ich mit diesen 15 Heiltränken aufgeschmissen gewesen wäre gegen den... Ja, bedauerlich. Ihr solltet vielleicht nicht so zusammenstehen, Leute. Achso. Das ist doch ein Pferd. Wie viele von den Viechern kommen denn noch? Das ist ja so, als... Als wäre das hier so ein... Ja, wie soll ich es nennen? Als ob es mir jahrelang nichts gewesen wäre, das sich ungehindert ausbreiten können. Der Typ hat es mir auch gar nicht ungehindert ausbreiten können. Oh, oh. Ja. Philipp hat es mir auch gar nicht unterriesg EPT. Vielen Dank.